hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute gibt es ein neues what i read next video für euch quasi mein sub votings video für den monat august im monat juli also im monat juni für den juli hat assistant to a villain gewonnen und morrigan also die hatten beide gleich viele stimmen da habe ich mir dann aussuchen können welches davon ich lesen möchte und irgendwie habe ich es geschafft also beide zu lesen ich meine morrigan weiß nicht so dick das hat dann noch gepasst aber ich habe sie beide gelesen was ich davon gehalten habe erfahrt ihr wie immer in meinem lesemonat juli heute soll es aber um mein what i read next aus dem monat august gehen und ich habe mir wieder vier bücher ausgesucht zu einem bestimmten oberthema es sind nämlich alles romans bücher und am ende vom video zeige ich euch noch was es sind nämlich alle bücher ja in richtung pink lila warum auch immer vielleicht weil es einfach so eine romans gängige farbe ist aber wenn ich es euch jetzt zeigen würde dann wüsstet ihr ja schon welche bücher euch erwarten naja wenn ihr in die infobox schaut wisst ihr trotzdem welche bücher erwarten aber ja ich will es ein bisschen spannend machen und deshalb zeige ich sie euch einfach nach und nach wie immer würde sagen wir starten jetzt mit dem ersten buch das da wäre britney c cherries wenn deine wärme meine kälte besiegt ich habe ja tatsächlich ein bisschen probleme mir die ganzen titel von britney c cherry zu merken weil ich einerseits finde dass sie halt immer unheimlich lang sind und alle irgendwie ähnlich klingen und ich finde auch optisch sehen die britney c cherry bücher auch immer sehr ähnlich aus sei es mal in dunkelblau und hellblau in lila blau in pink blau sie sind alles sehr minimalistisch und haben einen langen titel aufgedruckt ich weiß nicht ob es euch auch so geht aber ihr könnt mir das gerne mal in den kommentaren verraten ob ich die einzige bin die da probleme hat ich kann auch gar nicht sagen welches buch von ihr ich bereits gelesen habe und welches nicht ich muss mir dann jedes mal den klapptext durchlesen weil ich es mir einfach nicht merken kann ich weiß nicht warum ich meine für den autor ist es gut dass man die bücher sofort erkennt und diesem autor zuordnet aber ja irgendwie macht sie mir ist da nicht so leicht mit das buch ist auch unter sehr lustigen bedingungen hier eingezogen kurz vor silvester war ich mit meinem damaligen freund den silvestereinkauf machen wo wir uns auch im globus mit corona angesteckt haben leiter gottes ja und damals sagte ich als wir an den bücher vorbeigelaufen sind dass da musst du dir angucken die widmung ist einfach so witzig da hat britney c cherry nämlich geschrieben für all die typen die ich über dating apps kennengelernt habe danke für all das was ich in meinen büchern verarbeiten konnte ihr idioten ich hoffe ihr genießt die feiertage du nicht dann kommt das f-word dich martin ich weiß nicht ich würde es ja aussprechen aber letztes mal hat youtube mein video nicht gelten lassen weil ich ein schimpfwort drin hatte und deshalb wird das jetzt alles jugendfrei zensiert ja an dem tag habe ich mir nicht gekauft aber ich war monate später keine ahnung jetzt irgendwann im april mai war ich lustigerweise in grünstadt und bin dort in den globus zum einkaufen und er hat halt dort in der ecke gewohnt und bin über das buch gestorben dachte so ach das ist jetzt echt ein lustiger zufall ich nehme es jetzt einfach mit aber seitdem liegt sie rum ja aber um das sollte es eigentlich auch nicht gehen ich bin heute plauderer merkt ihr es ja ich würde euch erzählen um was es in dem buch überhaupt geht und ob ihr es vielleicht für meinen sub voting august auswählen würdet eine liebe die es einem erlaubt man selbst zu sein das ist die art von liebe die man bewahren sollte seit sie letztes jahr von ihrem verlobten am altar stehen gelassen wurde wünscht sich holly nicht sehnlicher als bis weihnachten einen neuen freund zu finden den sie über die feiertage mit zu ihrer familie nehmen kann dass dieser plan aufgeht hofft auch kai kane der hollis täglichen dating marathon in seinem restaurant nicht länger mit ansehen möchte deshalb macht der mürrische inhaber ein angebot dass sie in ihrer verzweiflung nicht ablehnen kann er hilft ihr bei der suche nach mr right dafür muss sie alle folgenden dates woanders verbringen doch hier erfolgreicher ihre suche läuft desto mehr bereut kai seinen plan mit ihrer aufgeschlossenen und chaotischen art hat holly längst sein herz erobert buch nummer eins buch nummer zwei subtier schon bestimmt mittlerweile zwei jahre rum ich hab's mal von evie bekommen und sie hat damals aussortiert ich weiß nicht ob sie es überhaupt gelesen hat ich fahre nachher noch zu ihr ich werde sie fragen ob sie es damals überhaupt gelesen hatte oder auch ungelesen aussortiert hat irgendwie zieht es mich nämlich auch die ganze zeit gar nicht mal so sehr dorthin spreche von kissing lessons ich habe von helen hoang noch gar nichts gelesen also ich kann nicht mal sagen ja der schreibstil ist super toll komm das buch wird schon witzig werden aber ja irgendwie obwohl es ein kiss buch ist habe ich es noch nicht geschafft es zu lesen eigentlich passt sehr sehr gut in den sommer und ich fahre jetzt auch in zwei wochen noch mit maler für paar tage raus vielleicht bietet es sich ja an eins dieser romans bücher mitzunehmen wir haben da ein kleines hausboot und ja da gibt es eine süße terrasse und eine kleine dachterrasse und irgendwie sehe ich mich da schon sitzen und auf den hafen schauen und ja ein romans buch lesen so jetzt erzähle ich euch aber um was ist in kissing lessons geht auch wenn der titel ist eigentlich schon verrät anfängerkurs in sachen liebe küssen sollte einfach sein jeder tut es es ist nicht viel dabei aber stella kommt sich jedes mal vor wie ein hai dem gerade ein paar pilotfisch in die zähne reinigen und das ist nicht schön weder für sie noch für den mann sie hat die sache mit der liebe schon beinahe aufgegeben als asperger-autistin mag sie ohnehin nichts was ihre routine stört doch dann bringt ein dahingesagter satz sie ins grübeln übung macht den meister stimmt das braucht sie einfach mehr erfahrung und wenn ja wer bringt einem das küssen bei und mehr vermutlich ein profi ein escort wie michael fern auch wenn der eine ganz eigene vorstellung von ihrem unterricht buch nummer zwei das dritte buch ist im zuge einer wie bei bestellung bei mir eingetroffen und da gibt es auch ein unboxing reel auf meinem instagram kanal zu das buch habe ich schon sehr 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 lange auf meiner wunschliste gehabt habe es aber im geschäft irgendwie nie gekauft ich weiß aber dass nenja die reihe sehr gemocht hat und gesagt hat kommt jetzt kauft das und es hat auch gar nicht mehr viel gekostet ich glaube ich habe es noch für fünf euro oder so bekommen die love i hate you ist der erste teil der reihe das ist eine dialogie ich habe aktuell sogar noch nie bei gutschein vielleicht gucke ich mal ob band 2 verfügbar wäre weil ja wenn band 1 mir gefällt wäre es ja eigentlich ganz leicht mir band zwei auch direkt im anschluss zu schnappen wenn man es denn zu hause hätte aber irgendwie sehe ich es bei büchern wo ich weder vom autor was gelesen habe noch allgemein von der reihe was kenne sie ist nie so ein dann das buch im buchhandel zu kaufen ich weiß nicht ich bin da vielleicht ein bisschen komisch ja auf jeden fall werde ich euch jetzt erzählen um was es in band 1 geht ich muss kurz überlegen in buch 3 aber band 1 der reihe so als erwähne habe einen anonymen brief in der bibliothek vergisst ist sie außer sich niemand hätte ihn je entdecken sollen niemand hätte ihn je lesen sollen und noch weniger hätte ihn jemand beantworten sollen doch erwina und der unbekannte beginnen sich zu schreiben erst ein brief dann zwei und dann immer mehr jedes stück papier enthüllt ihre dunkelsten tiefsten geheimnisse und die regeln sind klar niemals dürfen sie die wahre identität des anderen erfahren niemals dürfen ihre geständnisse nach außen dringen denn das würde ihr leben zerstören alles scheint ein harmloses spiel zu sein bis erwina herausfindet wer ihr brieffreund ist xaver emery star der basketballmannschaft tyrann ihrer kindheit und ausgerechnet der in den sie sich zu verlieben droht buch nummer drei und last but not least kommen wir zum letzten buch where summer stays ich drücke mich ja die ganze zeit so bisschen davor weil mir der reihenauftakt ihrer anderen reihe vom schreibstil her gar nicht gefallen hat das buch konnte mich echt null überzeugen das ist ja dieser twilight verschnitt habe ich ein paar mädel zusammen gelesen wir haben uns den spaß draus gemacht weil wir gesagt haben bei ina hat sich das buch irgendwie selbst aufgelöst ich weiß nicht warum da hat sich die ganze bindung hinten aufgelöst und das buch ist auseinander geflattert ich habe noch so aus spaß gesagt ja das buch fand sich wahrscheinlich selbst so schlecht dass es sich selbst zerstört hat keine ahnung es war auf jeden fall nichts für uns deshalb drücke ich mich ein bisschen davor ich habe es tatsächlich wegen dem cover und dem wunderschönen farbschnitt gekauft und ich habe noch 1000 goodies dabei und ich habe es tatsächlich auch signiert das heißt ich kann es gar nicht mal so einfach verkaufen wenn ich jetzt nicht gerade mit jules findet oder jemand dem das egal ist was da vorne drin steht ja es klingt eigentlich ganz toll ich wollte auch jetzt bis zum sommer warten bis ich es lese aber irgendwie hat es mich bisher noch nicht überkommen allgemein lese ich ja momentan nicht ganz so viel wie sonst aber ja vielleicht könnt ihr mich dazu animieren es jetzt endlich in die hand zu nehmen und jetzt will ich euch verraten was im klappentext steht vielleicht sind wir nicht füreinander bestimmt aber was wenn wir es trotzdem versuchen wegrennen und zwar ganz weit das ist charlis einziger wunsch als sie während ihres classic radio praktikums auf einem riesiges rockfestival geschickt wird am liebsten würde sie sich die kommenden vier tage einfach im zelt verstecken vor allem lärm und der menschenmasse die sie so sehr überfordern dann trifft sie auf levi mit seiner faszinierenden charismatischen art dem eyeliner und den unzähligen tattoos plötzlich fühlt sie sich wie im freien fall er macht charlie mutig in seiner nähe fühlt sie sich sicher aber dann fallen ihr verhaltensweisen an levi auf die sie nicht begreift er scheint ein ganz anderer mensch zu sein als er vorgibt und zurück im alltag wendet levi sich plötzlich von ihr ab ohne zu wissen dass ihr herz in seiner nähe immer schneller schlägt buch nummer vier das waren alle vier bücher die zur auswahl stehen ich zeige sie euch wie immer noch mal im schnellen durchlauf das wäre buch nummer eins wenn deine wärme meine kälte besiegt buch nummer zwei kissing lessons buch nummer drei dear love i hate you und buch nummer vier where summer stays jetzt liegt an euch ich kann euch alle bücher wie immer in die infobox da gibt es den affiliate link zu talia und amazon ich werde mich jetzt anziehen ich werde mir eine lange hose anziehen und werde noch kurz mit dem hund rausgehen und dann fahre ich zu evie und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten video wieder bis dann hat sein und bis zum nächsten mal